Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rafft. Ihr seht gerade hier, wie Captain Red Phoenix das Rafft manövriert, so dass wir wieder richtig fahren und zwar in Richtung, äh, wie heißt das Ding? Warte kurz Leute. Tangaroa. Ah, Tangaroa, genau, sag ich ja. Ähm, ja, das ist das heutige Ziel, diese Insel zu erreichen, weil wir sind jetzt irgendwie schon zweimal daran vorbeigefahren. Oh, ich hab gerade Steam aufgemacht. Ja, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich hab gerade Sachen erforscht, für die wir jetzt mit, äh, Titanbarren brauchen, die verdammt selten sind. Ähm, und ich hab schon gesehen, das ist ein Steuer-Tool, ein Steuergerät, damit können wir alle Motoren von einer Stelle steuern und das, diese sechs Titanbarren, wazw- Alter, wir haben also drei. Wir haben gar keinen, also doch, wir haben zwei, haben wir noch. Wieso, jetzt sind wir noch zwei? Achso, einen hast du zu unserer Forschung. Wo ist eigentlich unser Forschung? Aber, ich hab jetzt mehr, äh, Köder noch, äh, die fortgeschrittenen Köder, die wir jetzt, äh, nutzen werden zum Angeln, damit wir diese krassen Fische angeln können. Ein Ei, oh mein Gott, ich würde mir so ein Ei haben. Weil, wir brauchen diese Fische, um die dann zu verkaufen. Weswegen ich uns jetzt zwei Angeln mache, dass wir jeden Angeln haben, eigentlich, dass wir jeder angeln können, ja. Was? Ja, genau deswegen. Ich mache uns beiden gerade eine Angel. Ja. Und dann können wir beide angeln mit den krassenen Dingen. Ey, ist es okay, wenn ich mich mal für ein Ladegerät, äh, kümmern würde? Kannst du nicht, weil wir keinen genug Titan haben. Komm mal, Mikey, hier, ich hab eine gute Angel für dich. Und ich geb dir auch ein paar Köder. Brauchst für jeden Fisch immer einen Köder, der liegt hinter dir. Ähm, und wenn du die Angel ausrüst, das kannst du jetzt, äh, mit rechts, Köder auswählen. Ja, genau, ja. Das sind so krassen Köder. Aber wieso machen wir kein Ladegerät? Dann können wir unsere Batterien füllen. Oh, das ist mir eine Angel gemacht, danke. Ja, genau, und da liegen auch Köder so gute. Rechte Maustürstückung, die Köder auswählen, ne? Genau. Und damit können wir jetzt auch krassere Fische fangen, als diese normalen. Ich hab einen Buntbarsch, ach so, man muss mit links kriegt draufdrücken, er. Ja, das darfst du auch. Du musst mit links kriegt draufdrücken, dann auswählen, aber sonst kriegst du keine krassen Fische. Ah, ja, hab's gerade gemerkt. Naja. Ah, ja, ich hab einen Netzknabberer. Was? Ich weiß jetzt nicht, ob man das für jedes Mal neu aussehen muss. Wenn ja, dann hab ich gerade einmal am Sand gehabt. Nee, nee, die muss man nicht. Oh, ich hab ne Schimmerganele oder so gefangen. Richtig geil. Ah, ja, Netzknabberer. Weil, die können wir dann verkaufen bei diesen Handelspost und kriegen Handelsmünzen und Ansehen dafür. Und dann können wir krassere Sachen kaufen und irgendwann auch Titanen. Alter, ein Scharverkaufen. Äh, nee, Scharverkaufen. Nee, Scharverkaufen. Doch, Scharverkaufen. Ah, hab ich auch einen bekommen. Wo können wir die sagen? Können wir die auch kraften oder müssen wir die bauen? Mh, nee, Kaufe mein ich, Leute. Die müssen wir kaufen. Schade. Und, es gibt drei Tabs in dem Shop. Und, wir haben jetzt den ersten zur Verfügung. Und für den zweiten brauchen wir 100 Ansehen, glaube ich. Ähm, und dann können wir auch wieder bessere Angelköder auch noch kaufen dort. Das heißt, die Fische dann dort verkaufen, oder? Genau. Machen wir nur Fischtrue, wir haben ja noch eine freie Truhe. Ja, genau, machen wir. Beziehungsweise, nee, tu die zu den Müllwürfeln mit rein. Geil. Ist das unsere Trading-Kiste? Ja, weil das ist halt dieses Müllwürfelkiste, das ist ja die Trading-Kiste. Die steht ja neben diesen Müllwürfel-Generatoren. Ja, true. Neben den Recyclern. Wenn du keine Köder mehr hast, sagst Bescheid. Okay. Ja, ich hab gleich nur noch einen. Ne, ich hab ja auch noch welche, deswegen. Ich hab alles gekauft, was ging an Ködern, also. Ich hab ja auch ein Netzkrank, äh, knabberer. Sieht ja richtig weird aus. Davon hab ich schon irgendwie so drei, vier Stück. Geil. Tiggert, das ist das einzige, was ich seit dem Mittag gegessen habe, ist ein freaking Riegel. Ich hab so Hunger. Okay, jetzt hab ich keine Schimmergarniele. Was? Warte, ich mach noch den Wurf hier und dann geb ich dir wieder welche. Äh, wo soll ich die? Ach so, ich soll den Müllwürfel fischen. Die normalen Fische nicht, oder? Ich hab gerade aus Versehen den normalen gefahren. Ne, normal nicht, normal nicht. Komm zum Essen, okay. Warte, ich tu auch mal mein Kram hier rein. Also, das ist mein Minion-Teil, ich hab gerade verwirrt. So. Oh, das wollte ich nicht. Hier, mein King, warte. Ich glaub dir hier nochmal, weil Köder. Wieso haben wir denn keine Seile mehr, also, what for? Ne, weil ich die gebraucht hab für die Angeln. Keine, welche Kraft. Liegen Köder auf dem Raft. Wir können ein bisschen seine Kraft. Naja, danke. Ich hab wieder so ein Netzknabberding. Ein Netzknabberding. Ne, ja, ja. Ne, 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 ne. Schon wieder so eine Schimagarnelen. Das ist mein letzter Köder, den ich habe. Ja, schade drum. So. Kann man auch für was ist denn gut, war mir da hin. Das so wie. Scheiße, den konnte ich nicht aufsammeln. Sammeln jetzt. Ah, ne, jetzt schon der hat uns am Raft durch. Aber ich hab doch einen Platz im Inventar. Achso, den hab ich jetzt erst bekommen, weil... Das Ding ist. Hä? Da kommt's. Da kommt's. Da war ein Karpfen. Ah, ah, ah. Karpfen? Äh. Hm, hm, hm. Ja. Ich scheiße, ne, hinterher zu schmücken. Da wussten die. Komm. Ich bin ja so halb am Verdursten, kurzzeitig. Jetzt sollte ich meine Inventar hin, weil ich einmal die Sammelnätze abgeludelt hab und mein Inventar voll war. Ist krass, einfach unsere Sammelnätze. Wir sind schon heftig okay, endlich. Ja, es ist schon sehr stark. Äh, ich schau mal kurz wegen den, äh, Dings, wo wir hinmüssen, ob das richtig ist. Bin eigentlich auch ich, aber... Ja, das ist schon richtig. Ich bin jetzt für die dritte Mal daran vorbeifahren. Weil ich dachte, den Fisch tun wir halt in diese eine Kiste, wo wir halt... Das Zeug ist ja, wir fahren so ein Warten, oder? 1.700 Meter noch. Weil in der Kiste, wo wir die dann, äh, wo wir die dann... äh, drin haben. Damit können wir auch kochen mit den Fischen, zum Beispiel. Ach, soll das in den Kopf? Ja. Boah, ich will Barbecue machen. Das können wir sogar machen. Wir können Barbecue machen. Echt? Oh, der Hai greift ein. Der Hai, der Hai. Oh, 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 oh. Ja. Das hab ich gemerkt. Oh, Alter. Wir brauchen einen anderen Fisch. Äh, ich bin kurzzeitig so ein bisschen runtergefallen. Alter, der ist Leck gerade ein bisschen ziemlich hart bei mir. Und irgendwie nicht so vom Fleck. Bisschen beunruhigend. Äh, das ist halt, dass du langsam bist. So. Was? Wir können... Kannst du mal bitte... Naja, naja, mach ich selber. Okay, mach ich. Boah, das ist geil. Jetzt ist geregnet gerade wieder. Das heißt... Oh, unsere Felder... Die Felder boomen, Junge. Okay, boah. Drüben rein. Koffeln platzieren. Äh, da drüben ist wieder eine Insel, ne? Mit, äh, so einem... Trading. Groß, ne? Ja, relativ. Dann fahren wir dahin. Okay, dann musst du aber wenden. Damit wir wieder... Da können wir direkt die Sachen verkaufen und neue Köder kaufen uns. Das müssen die. Alter, Businessman. Müssen wir jetzt wieder noch umdrehen. Das sieht so geil aus, wenn wir das komplette Raft einfach drehen. Okay. Ja, waren wir in der richtigen Richtung? Ich habe nicht zugehört, als du das erzählt hast. Jo. Weiß ich noch, 1600 Meter. Komm immer näher, ne? Immer... Ne. So 120 noch bis zur Insel. Also, ja, bis zu der Insel. Ach so, also. Ich dachte gerade. Ich habe es wieder angemacht. Dann können wir auch gleich nochmal ein neues Titan holen. Das ist doch schön. Was? Was? Für das? Neues Titan. Ach, Zitan. Neues Zitat verstanden. Da war ich richtig verwirrt. Ich will da denn jetzt für ein Zitat raushauen. Aber okay. Sollen wir hier Motoren ausschalten, ne? Ach, das reicht, wenn ich jetzt einen ausmache? Nein. Die anderen verbrauchen ja noch. Junge. Ach so, lol. Aber die gehen nicht mehr, weil das zu fett ist, dann. Ne. Mach mal den Anker rein. Wir treiben wieder ab, ne? Ach, der ist doch unten. Ach so. Ne, der sah es nur so aus. Ja, hier gibt es wieder einen Schatz. Den klatschen bei dem Shop hier. Kommt der immer so? Ach, ich bin runtergefahren. So, hallo. Verkaufen. Schimmergarniele. Alter, unser Freaking Routes. 300 brauchen wir. Wir brauchen 300 Ansehen, damit wir... Wir bekommen wir Ansehen. Oh Gott, das ist ein Schwein, Alter. Oh Gott, Alter. Mach mich eine Farbe. Komm her. Oh. Uah, ne. Warte mal, ich habe doch jetzt schon ein paar Coins. Äh, Hilfe. Ja, da kann ich doch. Hä, das Schwein hat mich irgendwie da in den Kaktus reingespoben. Jetzt stecke ich hier fest. Heise. Meike, ich habe alle Rezepte, die es gab, gekauft. Was? Hilfe. Was sind die Rezepte? Oh, ich bin draußen. Ne, wehe. Alter Schwein, das kannst du jetzt nicht nochmal machen. Bruder, lass mich doch in Ruhe. Schau mal kurz, was war bei mir. Alter, oh Gott. Was machst du denn? Bruder, das Duell der Giganten einfach. Ja, ein Rumläge des Schwein töten ist nicht so einfach. So, ich dachte, du kannst gegen den Hai, Digga. Ne, ne, ne. Ne, 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 der hätte mich schon easy fertig gemacht. Ah, das Rezept ist richtig Deluxe aus, Alter. Plopp. Und plopp. Wir müssen... Oh, das ist ein Mango. Oh, mein Ball ist kaputt. Schade. Na ja, dann hat mich. So, wir waren neues Axt kaufen. Ja, ich hab was vor mir. Ich hab ne Missionen dann, aber... Das mach ich dann gleich erst weiter. Ich muss erstmal kurz hier ein bisschen Klamik legen. Da hat sich jetzt noch Bienen, ne? Ja, ich weiß, ich muss aber kurz mein Inventar, mein Inventar war voll. Ja, so. Ja, obwohl er keinen Stress hat, wir haben noch Zeit. Ja, ich weiß. So, dann merke ich mal ein bisschen Melone. Alter, wie viel Melone hat sie? Ich muss jetzt erstmal eine neue Axt holen. Und gleich auch einen neuen Speer machen, weil der ist auch gleich kaputt. Haben wir vielleicht noch welche in der Kiste sogar, ne? Stimmt, ich gucke erstmal noch da nach. In unserer Kiste hier haben wir... Ach, das ist ein Pfeil, schade. Ne, keine Axt und kein Gewehr, wollte ich gerade sagen. Keine Axt und kein Speer. Boah, kein Titanerz hier auf der Insel, schade. Das ist echt schade. Deine Axt. Aber ich kann schon mal mit den neuen Ködern wieder angeln gehen. Was macht mehr Sinn? Macht eine Machete mehr Sinn, oder? Also ich mag den Speer mehr. Ja, ne? Ich hab mal Erfolg bekommen. 25 Bienen eingesammelt. Alter, ist ja noch ein richtiger Bienen. Sammler. Easy, unser Raft schon ist krass. So, weiter geht es um unseren Zielpunkt. Okay, nicht so. So, dann habe ich jetzt hier ein bisschen mal upgraded hier mein Stuff, damit er auch wieder auf dem neuesten Stand ist. Ohne schlecht. Oh Gott, ich hab gerade so viel Kram im Moment. Alter, wie so leckt es bei mir, so ist es so eine Verzögerung, wenn ich da. Ganz ekelhaft. Wo hast du die Samen hingepackt? Äh, was? Wo hast du die Samen hingepackt? Was für Samen? Hier von den, äh, ananas und so, zum Beispiel. Bei den, die Samenkiste. Warum ist die Samenkiste? Nämlich dumm. Mach die Augen auf, dann findest du sie. Die ist nicht oben, die ist hier bei unseren Kisten. Warum? Ich hab gesagt, mach die Augen auf, dann findest du sie. Digga, was hältst du denn von der hier? Äh, als ob. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich gerade alle Kisten durchgegangen bin, außer die. Ja, scheinbar ja schon. Oh, wir sind schon. Oh, okay, okay. Ja, hab ich immer eine Neu-Axt. Ich muss mal eben hier hinten. So ein paar Sachen. Äh, ich hab ein bisschen Angst, dass OBS gerade mal ein falsches Mikrofon gewählt hat. Jetzt ein bisschen unpraktisch. Ah, nee, es soll der Richtige sein. Okay. Hm. Wir machen unser Haus jetzt so, dass es mit der schönen Seite nach innen ist, Digga. Schönen Seite nach innen? Ja, die Wände. Die sind mit der schönen Seite aktuell nach außen. Und das Problem ist halt daran, ähm. Das Problem ist, ich kann hier dann nichts hinhängen, weil wenn ich da was hinhänge dran, dass dann daran nichts sieht, dann so richtig. Ne, geil. Ey, du Möwe, geh weg. Boah, ich bin gerade ein bisschen anbauen. Öh, Hilfe, die Bäume. So. Gut, unsere Netze sind abnormal voll, ne? Mein King, komm mal kurz her, bitte. Äh, ja. Ich guck gar nicht. Du hörst dir mal, dass das hier alles gut ist. Boah, boah, boah. Ach so, Leute, ich muss auch lustig. Kommen wir schnell her. Ja. Guck kurz. Nimm die ganze Rezepte da auf. Nimm die alle auf. Green. Bye, you. Ähm, komm nochmal, ja. Alter, ich bin hier am Wasser auffüllen. Boah, was machst denn du jetzt hier? Ja, ich brauch kurz den Platz hier. Wie ein bisschen so unnormal. Holy shit, unsere Netze sind am platzen praktisch. Ich hatte ja viele Kisten, also wie so Fässer in einer links. Und ich habe einfach, mein Inventar ist einfach komplett voll. Ist ja krank. Also, das ist ja voll. Oh mein Gott, ich habe gerade vier Stacks Holz einmal mal reingeräumt. Scheiße. Ja, ist gar nicht was zusammengebrochen, weil ich nicht aufgepasst habe. Oh, wo ist die Kiste hin? Ah, hier. Die ist hinter mir, aber die... Was anderes ist zusammengebrochen. Guck mal nach oben. Oh nein, die Bete? Ja. Ja, klar. Oder Heira ist denn aus? Pisse dich. Wie pisse ich, Alter? Wir sollten immer wieder ein bisschen Acht darauf geben, ne? Wir fahren in die richtige Richtung. Ja, ich weiß nicht. Wir sind schon zweimal oder so vorbeigefahren. Fahren wir aber nicht. Ah, nee. Wir haben wirklich nichts. Hm. So. Oh, mich juckt's. Am Rücken. Ich will das auch nur hier ändern. Mit dieser Dinge, weil wegen... Das liegt an diesen Kochtöpfen-Dingern da. An den Kochtöpfen-Dingern. Ja, mit diesem... Saft, das ist halt das Problem halt. Äh, wenn ich das nicht mache, können wir die Rezepte nicht oben an die Wand hängen. Und wenn wir die nicht an die Wand hängen können oben, dann sehen wir nicht alle Rezepte. Kann man die einfach so an die Wand hängen? Naja. Geil. Ich gleich mal testen. Ah ja, das klappt. Weil das hier... Hier ist das, ne? Das führt das Topf. Für das Topf. Das Topf. Das Topf. Ich geh kurz nach oben und mach das nach oben. Den Rest der Wände lassen wir auch, so wie sie sind. Jaja. Topf. Einmal. Topf. So, jetzt sind jetzt zwar zwei Wände weg, aber das ist jetzt einfach... Oh, oh, ein Safter. Lop. Nochmal ein Safter. So, weil die restlichen Wände, das fällt auch nicht auf. Also, dass da hinten jetzt so ein paar schwarze Wände sind, ist halt schade. Alter, Lachsalat. Lop. Und dann nochmal... Oh, ein Deluxe-Welch. Und, lop. Alter, aber das ist gerade... Da, wo unser Wohnzimmer ist, ist es so... Ja, keine Ahnung, egal. Das passt schon so. Wir bauen das eh irgendwann alles um, deswegen... Da hängst du das jetzt alles an die Wand, Digga. Ja, du hast gesagt, es soll sich jemanden helfen. Nein, Digga. Du kannst auch auch ein paar Sachen erst mal unten an diese Topffläche hängen. Boah. Wie wahnsinnig, Alter. Wir sind Meister der Missverständnisse, kann das sein? Es kommen doch noch viel mehr Rezepte, Digga. Wenn du da alles schon wie oben hängst... Dann können wir unten dann auffüllen. Da bist du sprachlos. Krass, ich habe nicht mehr zugehört. Ja, schauen. Weil ich gerade die Rezepte neu hängen darf. Hm. So. Aber ich habe gerade Hochklar, Alter. Angelst du die ganze Zeit schön? Du solltest angeln mit den Dingern, die ich... Nein, du hast mir keinen Köder gegeben. Digga, die sind wieder alle in der Kiste. Alles da. Aber in welcher Kiste? Ja, in der, wo die Köder halt drin sind. In welcher Kiste sind die Köder? Mein King. Da, wo du auch die Fische reingetan hast. Was suchst du denn hier? Ich suche die Honigwarme. Ich muss... Achso, jetzt habe ich 6 Minuten. Ach. Ich muss die kurz da reinpacken. Alter, wir haben Bitcoins. Die haben so ein B drauf. Ja. So. Oh Gott, meine Folge ist schon ziemlich lang. Leute. Wir waren... Relativ produktiv. Wir haben eine Insel gelootet. Und wir sind vor allem ziemlich näher gekommen. In der nächsten Folge... Kommen wir zu der Insel an. Das heißt, ihr müsst unbedingt bei Rap vorbeinschauen. Schaut auch in die Playlist. Dort finden wir nämlich jedes Video dieser Raftstaffel. Und ja. Lasst ein Like und Abonnenten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschö. 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 Vielen Dank.